Jürgen Zieger, Oberbürgermeister der Stadt Esslingen und ich gratuliere zunächst mal dem DRK hier vor Ort zum 125-jährigen Jubiläum. 125 Jahre Engagement für die Gemeinschaft. Menschen setzen sich für andere ein. Ich denke, aller Ehren wert, das hat auch Tradition in unserer Stadt und danke den Helferinnen und Helfern, die bei allen Katastrophenfällen immer und schnell und sehr qualifiziert im Einsatz sind. Und jede Stadt, jede Gemeinschaft lebt vor allem von den Menschen, die mehr tun als ihre Pflicht und dazu zählt das DRK. Und anlässlich des Jubiläums wird auch noch der Landeswettbewerb unter den einzelnen Gruppen ausgetragen. Natürlich ist es ein bisschen Wettbewerb, aber vor allem zeigen die engagierten DRKler, was sie so alles drauf haben. Das ist, denke ich, gut für das Gemeinschaftsgefühl und es trainiert für den Ernstfall. Also herzlichen Glückwunsch nochmal zum 125-jährigen Jubiläum des DRK in Esslingen.